Die Flugzeuge, die wir jetzt hier in der Luft sehen, können eigentlich nicht unterschiedlicher sein. Die extrem wendige und gut gepanzerte und auch gut bewaffnete A10, sehr, sehr manövrierfähig, wie wir hier sehen. Und der gemäglich dahin fliegende Airbus A300. Beide Flugzeuge sind mit den gleichen Turbinen ausgerüstet. Das sind jeweils zwei Turbinen eingebaut, der Firma Jetcentl. Der Vertrieb in Europa findet statt durch Jetcom. Und die Turbine heißt Rabbit und bei nur gut einem Kilo Eigengewicht bringt sie 8,6 Kilo Stück auf die Waage. Die Flugzeuge ist in der Nähe, die Flugzeuge spritzt und erfreut uns dann mit schönem Flugbild, der die A10 vorhanden ist. Und genau, Herr Steuermanns, der Flugzeuge war hier in den Lautsprecher besitzt, und es ist ein wunderbatter schöner Lande und die Komponente hat viel, viel Dank für das Lande-Ist然 mit der Art B united.